Die Firma Sedus ist einer der europaweit führenden Hersteller von hochwertigen Büroeinrichtungen. Das Traditionsunternehmen hat in seiner über 140-jährigen Geschichte immer wieder Maßstäbe in der modernen Arbeitsplatzgestaltung gesetzt. Diese Maßstäbe setzt Sedus auch in der Produktion. Eine moderne Losgröße 1-Anlage, die mehr Qualität, höhere Flexibilität und reduzierte Lieferzeiten ermöglicht. Die Anlage wird von dem Fertigungsleitsystem der HOMAG Group gesteuert und produziert Teile ausschließlich im Kundenauftrag. Mit dem Einstieg in die vernetzte Produktion reagiert Sedus auf die immer individueller werdenden Wünsche der Kunden. Wir brauchen eine für die Zukunft aufgestellte Fertigung und haben dann beschlossen, dass wir in diese Produktion einsteigen wollen, wo die Kundenindividualität uns einfach mehr Möglichkeiten bietet oder die Fertigung mehr Möglichkeiten für die Kundenindividualität bietet. Und da war für uns dann relativ schnell klar, dass wir auf eine vernetzte Anlage gehen müssen, um diese Möglichkeiten abschöpfen zu können. Das HOMAG Automation Flächenlager organisiert sich über die Lageroptimierungssoftware IntelliStore eigenständig. Im Zusammenspiel mit der Holzmar Winkelanlage sorgt es für eine hohe Dynamik in der Anlage. Die Holzmar Winkelanlage ist mit einer Drehvorrichtung ausgestattet, die deutlich mehr Flexibilität in der Schnittplanerstellung ermöglicht. Das Powerkonzept der Winkelanlage sorgt mit seinen getrennt verfahrbaren Spannzangen für einen bis zu 40 Prozent höheren Durchsatz. Durch das perfekte Zusammenspiel des Lagers und der Säge wird schon am Anfang der Anlage der Grundstein für die fließenden Prozesse in der Fertigung gelegt. Alle Teile bekommen nun einen Barcode und können dadurch jederzeit in der Fertigungsstraße lokalisiert werden. Der HOMAG Automation Bauteilepuffer zwischen Säge- und Kantenstraße sorgt für eine kontinuierliche Zuführung der Teile in die Kantenbearbeitung. Auf Transportstrecken kommen die Teile nun in die Kantenbearbeitung mit Lasertag. Mit einer konstanten Geschwindigkeit von 30 Metern pro Minute fahren die Werkstücke durch die Anlage. Dies gelingt durch die perfekte Werkstückeinspannung auch bei ungünstigen Längen-Breitenverhältnissen. Hier haben wir eine 624er Kantenanleimmaschine verbaut. Diese Maschine hat eine durchgehende Kettenplatte. Hier haben wir Nockenschienen und führen an dieser Nockenschiene und immer an derselben Nockenschiene das Bauteil durch die gesamte Anlage. Wir wechseln also nicht das ausrichtende Medium und erzeugen auf diese Art und Weise ein hohes Maß an Winkelgenauigkeit. Und wir vermessen bei dem Wechsel von linker auf rechter Maschine schon Kantenbandtoleranzen auf einer Seite. Auch das führt zu einer weiteren Genauigkeit in der Anlage. Der HOMAG Automation Sortierspeicher für bis zu 2700 Bauteile ist eines der Highlights der Anlage. Er führt alle Bauteile einer Kommission zusammen und übergibt sie gemeinsam an die abschließende Bearbeitung. Die HOMAG Automation Roboterzelle sorgt im Zusammenspiel mit einem Bearbeitungszentrum für die Entlastung der folgenden Anlagenteile. Die Bearbeitung von Formteilen übernimmt das HOMAG Bearbeitungszentrum BAZ 723 mit Lasertag. Die nun folgende moderne Bohrstraße von Weke begeistert durch ihre vielfältigen Möglichkeiten. Also auf der einen Seite ist mit Sicherheit der Sortierspeicher das Herzstück der Anlage. Für mich persönlich ist aber so, dass die Bohrstraße das Highlight ist, weil ich der Meinung bin, dass wir gerade an der Ecke den größten Technologiesprung gemacht haben. Wir waren vorher wirklich mit einer sehr alten Bohrmaschine, Bohranlage unterwegs mit sehr hohem manuellen Aufwand, sehr viel Rüstaufwand und haben jetzt wirklich eine hochmoderne integrierte Bohrstraße, die auf einem ganz anderen Niveau ist und die uns da Möglichkeiten bietet, von denen wir vorher eigentlich nur träumen konnten. Bohren, Fräsen und Beschlagsätzen mit einer hohen Dynamik und Flexibilität. Alle elf Sekunden verlässt ein fertiges Bauteil die vernetzte Produktion. Die auftragsbezogene Losgröße 1-Fertigung bei Sedus bietet viele Vorteile und überzeugt durch Qualität und Flexibilität. Der Vorteil der Anlage ist, dass wir komplett in einer Losgröße 1 produzieren können. In der Vergangenheit haben wir eben wochenlos gefertigt, hatten große Lagerflächen, die wir komplett reduzieren konnten. Klar, Stolz ist da ganz klar dabei. Ich finde es auch faszinierend, wenn man da steht, wenn man sich dann nochmal, und das ist natürlich etwas, so ein Aufbau einer Anlage dauert ja seine Zeit und man vergisst dann irgendwann mal, wie es da früher ausgesehen hat. Und ich versuche mich manchmal noch daran zu erinnern, wie das dann früher war und gucke dann auf diese Anlage, die jetzt wirklich in der ganz hohen Individualität Teile fertigt. Und das ist total faszinierend. Ich finde es einfach stark. Die vernetzte Produktion der HOMAG Group. Innovativ und zuverlässig. Die vernetzte Produktion der HOMAG Group.